Hallo und willkommen zu einem neuen Early Access Game, nämlich Forever Skies, das morgen auf Steam veröffentlicht wird. Ja, es ist ein Action-Survival-Game, finanziert wurde es über eine Kickstarter-Kampagne, deswegen habe ich auch schon meinen Key, da ich da mitgemacht habe. Und ja, das Schöne ist, das Spiel läuft auch schon unter Linux. Wir spielen als ein Mensch, der auf die Erde zurückkehrt, die es verseucht, es sieht ziemlich mies aus. Und wir müssen hier unser Schiff reparieren und überleben, uns die wichtigsten Dinge zum Überleben natürlich craften und Ressourcen sammeln und ein Virus finden, um die Menschheit zu retten. Warum ein Virus finden, weiß ich noch nicht, das werden wir noch rausfinden. Die Landung war etwas ruckelig. Genau, hier bin ich. Ich spiele im Moment auf Englisch. Ich glaube, Deutsch gibt es schon oder auch nicht, aber ich habe keine gute Erfahrung gemacht mit Spielen, die frisch gestartet sind. Wir machen das jetzt lieber mal in Englisch und ich fasse zusammen, was es gibt. Es ist ja auch noch nicht perfekt, ist ja gerade erst gestartet. So, ich habe ein Signal gesehen und es wurde ein Virus gewonnen, das helfen kann, uns zu überleben. Und ich muss dieses Virus-Sample auf jeden Fall finden. Das Schicksal aller hängt von mir ab. Das mache ich mal. Erstmal gucke ich, wie ich hier aus diesem Ding rauskomme. Gibt es noch irgendwas, was ich einsammeln kann? Hier, das sieht gut aus. Ein First Aid Kit. Dann nix wie raus. Das Spiel empfiehlt, dass man erst auf Full HD spielt. Ich spiele hier auf WQHD, also ein bisschen größer, weil es noch nicht, aber das kommt natürlich noch für größere Auflösung und optimiert das. Ich finde, es sieht aber schon ziemlich gut aus. Sehr coole Welt. Ich gehe mal zu, dass ich hier nicht runterfalle und... Okay, ich habe hier, kann ich immer das aufrufen, was mir mein Computer sagt. Ich habe, das ist meine Immunität gegen irgendwelche Viren. Erschöpfung, Gesundheit, Hunger und Durst sind das, was mich interessiert. Hier ist meine To-Do-List. Ich muss die Quelle der Übertragung rausfinden und meinen Hunger stillen. Das ist gut. Bauen kann ich noch nix. Und ich habe ein First Aid Kit. Einen kleinen Oxygen Tank, also einen Sauerstoffvorrat. So, was gibt es hier? Es gilt wie immer natürlich, alles einzusammeln, was irgendwo rumliegt. Hier brauche ich eine Batterie. Dann kann ich diesen Computer benutzen. Alles, was ich einsammeln kann, ist markiert. Das ist ganz praktisch. Und das sieht krass aus, wie hier diese Pollen oder was ist es rumfliegen. So, das sind Maschinenteile. Ich weiß nicht, was es noch gibt. Hier, Hinweise. Seit wir dieses Virus gefunden haben, sind wir alle krank geworden. Die Ausrüstung ist kaputt gegangen und dann ist da Noahs Situation. Die Energie ist weg und die Tür ist versperrt. Guck mal, ob der Tower eine Batterie hat, die ich benutzen kann. Jetzt muss ich den Computer anschalten. Was steht hier? Was zu trinken. Da ist nix drin. Die Steuerung ist ziemlich intuitiv. BASD und gut zum Steuerung in die Hocke gehen. Und hier gibt es was zu essen. Eine Sonnenmelone. Nehme ich erstmal. Wie hungrig bin ich? Geht so. Hier ist noch eine. Die werden, glaube ich, kaputt. Also die halten 15 Stunden. Ich kriege 10 Food, 5 Wasser, minus 10 Gesundheit. Ich esse das, glaube ich, trotzdem mal. Ach, und prompt habe ich mir... Prompt habe ich mir eine Infektion eingefangen. Ich mache das gleich nochmal. Oh, oh, jetzt ist eh schon egal. Ich bin infiziert mit Photophobia. Ich darf nicht direkt in die Sonne schauen, und sonst kriege ich Schwierigkeiten zu gucken. Und Verletzungen. Ich brauche Lecithin. Und meine Aufgabe ist jetzt, das Virus zu heilen. Lecithin, okay. Okay, die Heilung zu finden, ist jetzt die nächste Aufgabe. Klar, habe ich ein Eigeninteresse dran. Aber es sieht wirklich, es sieht echt gut aus. Der Blickwinkel ist ein bisschen eingeschränkt. Ich würde gerne mehr sehen, links und rechts. Aber, okay. Von Anfang ist das gut. Und hier geht es nicht weiter, wenn ich das richtig sehe. Aber ich kann noch ein Level nach unten gehen. Oder bin ich hier raufgekommen? Ich bin hier raufgekommen. Wo geht es denn weiter? Halt, da liegt einer. Ich schätze, ich muss irgendwie nach oben. Oder nicht? Ich gucke mal weiter unten. Okay, hier geht es weiter. Hier ist noch eine Tür. Die ist versperrt. Und hier unten war aber auch nichts mehr. Doch, hier war noch Zeug. In der Postapokalypse. Die Sachen nicht einsammeln. Ist ja eigentlich sträflich. So, ich glaube, ich habe jetzt hier alles. Neh mal zu. Ich muss irgendwo, muss hier noch eine Batterie sein, die ich übersehen habe. Hier auf jeden Fall schon mal nicht. Keine Ahnung, ob ich da rüber kann. Ich glaube, hier, das ist erstmal der Weg. Hier ist die Batterie. Sehr gut. Zurück, zurück, zurück. Meine Immunität fällt derweil. Aber ich glaube, das wird noch eine Weile erhalten. So, ich habe eine Nachricht bekommen. Wir waren unter dem Staub. Wir haben das Labor gefunden, wo sie zuerst das Virus analysiert haben. Vor 400 Jahren. Da ist alles zum Teufel gegangen. Noah ist wahnsinnig geworden. Er hat unser Sample gestohlen. Unser Schiff und das Radio, das Funkgerät kaputt gemacht. Er hat uns hier gelassen, um zu sterben. Er ist gefährlich. Also, das Sample ist in dem überwachsenen Gewächshaus. Da hat der Wissenschaftler gelebt, der es studiert hat. Oder der die Flora studiert hat unter dem Staub. Wenn du da hin willst, versuch einige Radio Towers zu besuchen und Wind Farms. Ich weiß noch nicht genau. Radio Towers ist klar, Funkturme. Aber Wind Farms, ja, wahrscheinlich Windräder oder sowas. Und da muss ich die Sachen einsammeln. Und dann schauen wir weiter. Okay. So, den Computer. Kann ich da jetzt noch irgendwas machen? Eine To-Do-List eingucken. Das ist das Gleiche wie eben. Jetzt muss ich hier weg. Das habe ich alles gesehen. Kann ich denn jetzt diese Tür aufmachen? Das wäre natürlich toll. Ja, und jetzt geht sie auf. Prima. Dann nehme ich doch mal alles, was hier noch rumliegt. Noch ein First Aid Kit. Das ist gut. Hier liegt nochmal so ein Armand. Hier ist nochmal eine Nachricht. Und Noahs Wahnsinn. Alles wegen dieses verrückten Staubs. Dieses verdammten Staubs. Noah hat Stimmen gehört. Er hat gemurmelt. Über die Natur, die alles überlebt. Und dann den Niedergang der Welt. Und so weiter. Und er ist den Stimmen in seinem Kopf gefolgt. Sie haben ihn eingesperrt. Aber er hat den Extractor versteckt und ist abgehauen, als keiner, als alle geschlafen haben. Hier ist was zu essen. Hier ist was zu trinken. Gibt es hier noch irgendwas? Nee. Gut. Dann sehe ich mal zu, dass ich hier weiterkomme. Ich habe jetzt schon ziemlich viele von diesen Maschinenparts. Oh, ein... Ah, ein Schiff. Oh nein. Ich darf nicht ins Licht gucken. Schau nicht ins Licht. Mein Schiff. So, jetzt muss ich das Schiff fertig bauen. Es hat keinen Motor. Okay. Was habe ich hier? Hier habe ich... Äh... ...etwas, das einen Kondenser-Membran, eine Membran braucht. Und hier habe ich was, um, ähm... nach Insekten zu handeln. So, hier so. Noch eine Nachricht. Die Airship-To-Do-List. Also, das Ruder muss platziert werden. Das ist scheinbar schon passiert. Den Fabrikator muss ich machen. Einen Deck-Extractor muss ich machen. Und die Wand, ähm, wegmachen, die den Workshop blockiert. Das ist die gleich hier links. Und die Research Station bauen, um neue Dinge zu erklären. Okay. Äh, noch muss ich das Schiff nicht ausbauen. Das ist der Fabrikator. Sehr gut. Das war ja einfach. Place on your Airship. Den muss ich hier irgendwo platzieren. Ich platziere den mal. Vielleicht hier ganz rechts so. Ich weiß jetzt schon, dass da noch mehr hin muss. So, der Fabrikator steht. Ich kann... Was kann ich denn bauen? Noch gar nichts. Ich brauche erst noch Kram. Äh, und zwar so synthetischen Stoff und Maschinenparts habe ich schon. Und Metall. Und ohne das geht gar nichts. Dann schauen wir mal weiter. Das ist die Tür. Hier muss ich rein. Da nehme ich erstmal noch diese Teile. Da ist alles versperrt. Und hier gibt es schmutziges Wasser. Das lasse ich mal. Hier ist eine Flasche. Okay, ich kann schmutziges Wasser mitnehmen. Eins von fünf. So, drei Stück Wasser kann ich mitnehmen. Fünf Portionen passen da rein. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Ah, Insectlure. Also ein Lockmittel für Insekten. Eine Kondenser-Membrane. Das ist gut für dieses Gerät. Noch eine Notiz. Also, Forschung zum Photophobia-Virus, das ich mir eingefangen habe. Das kann mit Lecithin geheilt werden. Und das gibt es in diesen Staubmutten. Und den anderen Dingen, die in der Staubschicht unten leben. So, einmal Lockmittel, um diese Objekte anzuziehen. Es lag hier gerade. Das habe ich schon eingepackt. Und das kann ich mit dem Insektenfänger auf dem Schiff benutzen. Das kann ich runter in den Staub lassen. Und da warte ich dann einfach drauf, dass was gefangen wird. Das Essen von dieser Welt kann man roh essen, aber es könnte schädlich sein. Und ich habe hier eine Membran für den Wasserkondenser. Denn ich werde Wasser brauchen, um das Essen zu kochen. Okay, das ist auch schon mal eine Info. Den Deck-Extractor muss ich noch machen. Okay, ich habe ein paar Sachen eingesammelt. Mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Hier ist noch was. Was zu essen. Sehr gut. Okay, was gibt es hier oben noch? Noch mehr Maschinenteile. Einmal durch. Noch was zu trinken. Okay, ich habe ein bisschen was zu essen und ein bisschen was zu trinken. Und hier ist noch mehr so schmutziges Wasser. Aber ich habe schon... Ah, ich könnte noch mehr schmutziges Wasser einsammeln. Man drückt einfach E, um es einzusammeln, wenn man eine Flasche in der Hand hat. Und wenn man es trinken möchte, dann hält man E gedrückt. Das ist ein guter Unterschied. Da gibt es noch mehr. Ich komme mich eventuell darauf zurück. Mehr ist hier nicht zu holen. Dann baue ich doch mal diese Membran in diesen Wasserfänger ein. So, jetzt läuft er und kondensiert Wasser aus der Luft. Und ich kann... Ach so. Da kann ja noch nichts kochen. Was kann ich denn jetzt bauen? Immer noch nichts. Wo kriege ich denn den Rest jetzt her? Ah, hier ist der Transformer. Vielleicht kann ich mit dem hier noch irgendwas... Craften. Ah, den Deck-Extractor. Sehr gut. Der wird mal gecraftet. Das Schiff ist ganz schön klein. Der darf nicht drinnen sein, sondern der muss hier draußen stehen, auf den Plattformen. Das ist... Diese Dinger gehören zu meinem Schiff. So, und damit kann ich jetzt Material sammeln. Alles, was halt so rumfliegt, das ist im Wesentlichen Synthetik. Also Plastik und Metall. Wobei Metall, da ist Metall. Zumindest in rumfliegender Form etwas seltener zu sein scheint. Okay. Dann kann ich natürlich auch diese Sachen noch kaputt machen. Halt. Ich muss es nochmal umplatzieren. Man kann das einfach wieder hochnehmen. Indem man Kuh gedrückt hält. Und das mal wendet. So, dann kann ich mich jetzt hier... Oh, das ist schwierig. Okay, vielleicht sollte ich erst das Virus kurieren. Kann ich das denn... Hm. Soll ich den sonst noch bauen? Einen Water Purifier. Und den Electric Cooker. Den mache ich mal. Erstmal zusehen, dass ich dieses Virus loswerde. Material habe ich ja jetzt schon mal. Und ich könnte hier schon mal... Ähm... Also mal das Lockmittel reinpacken. Und das Ding in den Staub runterlassen. In der Hoffnung, dass das was fängt. So, hier habe ich mal den... Och, Topf. Wo packe ich den denn hin? Vielleicht hier irgendwie so in die Ecke. Müsste das nur noch was fangen. Derweil kann ich noch was anderes kochen. Was kann ich denn... Oder ausdrucken. Das ist ja mein 3D-Drucker, glaube ich. Ne, mehr Material habe ich noch nicht. Ich muss noch mehr Material sammeln. Ähm... Ah. Ich habe was gefangen. Eine ziemlich niedliche, äh, flatternde Staubmotte. Nehme ich mal. Und werfe sie gleich in den Kochpott. Hier. Armes Viech. Und... Kann... Kann ich das hier mit kochen? Meine einzige Flasche. Hm. Ich probiere das mal. Scheint trotzdem zu gehen. Kann ich mir denn noch eine Flasche... Ich glaube, ich brauche erst mal ein bisschen... Ah, das geht noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen Material. Vielleicht muss ich das nochmal auf der anderen Seite hinstellen. Da muss ich nicht in die Sonne gucken. Und da kann ich mehr Plastik einsammeln. Und Metall. Das Glück habe, dass gerade welches vorbeikommt. Okay. Das sieht schon ganz gut aus. Ich habe ziemlich viel. Ich glaube, das reicht auch erst mal. Was kann ich denn damit noch machen? Noch mehr Insektenkram. Ich bin auch schon sehr hungrig. Aber ich habe ja auch noch was zu essen. Moment. Einen Water Purifier. Und ich bin sehr hungrig. Ich habe... Oh nein! Ich habe ein Contaminated Meal gemacht. Es hat einen Nutritional Value, aber es ist auch ungesund. Ich... Okay, es hat mich nicht geheilt. Und ich muss was trinken. So. Ich glaube... Ich nehme mal diesen Water Purifier. Ich packe den mal hier irgendwo hin. Und hatte ich nicht... Ach so, Moment. Ich nehme mal das übrige, dreckige Wasser hier wieder raus. Und fülle das mal hier ein. Und hoffe, dass das relativ bald sauber wird. Und dann koche ich mir noch mal eine frische Motte. Dafür brauche ich... Moment, ich kann ja noch mal so ein Ding fangen. Eine Lokmittelladung ist, glaube ich, für zwei- oder dreimal gut. Na, mal gucken. Hier ist auch schon wieder schmutziges Wasser drin. Aber ich habe eine Flasche. Ich kann mir ein Bett bauen. Ja, dann mache ich das doch mal. So, wie sieht es hier aus? Habe ich denn jetzt noch... Ich habe eine leere Flasche. Die will ich jetzt aufbewahren, damit ich gleich hier das saubere Wasser rausnehmen kann. Moment. Etwas gefangen. Wieder eine hübsche kleine Motte. Die packe ich mal... Nein, nicht... Da will ich was reinpacken. So, ich habe eine Motte. Und... Sauberes Wasser. Und jetzt packe ich das hier rein und koche noch mal. Ich hoffe, gekocht heilt sie mich. Inzwischen habe ich hier ein Bett. Oh Gott, wo packe ich das denn noch hin? Ux! Hier ist es ganz knapp. Schlafen will ich jetzt nicht, dann verhungere ich, glaube ich. Warte erstmal, bis mein Ding fertig ist und vielleicht... Schaue ich gleich, ob ich nochmal was fangen kann. Und ich könnte hier... Kann ich denn schon so eine Membran mehr machen? Ne, da geht noch nichts. Ist es denn schon dunkel genug, dass ich hier rüber gucken kann? Ich glaube, das geht einfach nicht. Oh, nein. Besorgt mal noch ein bisschen Material. Wird es brauchen. Ah, Auto Fringe. Oh! Hat was gefangen. So, und das Essen ist fertig. Und was habe ich jetzt gewonnen? Ah, Moment. Ach, Moment, die hängt noch dran. Hier. Und das Lockmittel ist alle. Die packe ich schon mal hier rein. Jetzt esse ich mal die und hoffe, dass ich dann geheilt bin. Sehr gut, mein Virus ist neutralisiert worden. So, dann... Die auch gleich mal. Trinke derweil was anderes. So, das sieht alles okay aus. Und was kann ich jetzt noch machen? Bett habe ich schon. Erst mal nix. Jetzt kann ich dieses Ding hier einsammeln. Nach da drüben stellen. Und endlich die Tür aufmachen. Damit gleich mal alles, was hier noch ist. Trotzdem. Schon wieder durstig. Es gibt jedes Mal fünf Metall. Ich nehme gleich mal ein bisschen mehr. Bin mir sicher, ich kann auch ganz viele Sachen craften in Kürze. Ich glaube, mein Essen ist fertig. So, gibt es noch mehr? Hier. Da ist Synthetik. Und da hinten ist nix. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alles abgebaut, was hier so ist. Dann nehme ich gleich mal meine Motte und mache mir noch mal ein neues... Wie hieß denn das? Hier. Noch mal so ein Lockmittel. Und die esse ich gleich. Die hält ein Tag und 23 Stunden. Das ist auch schon fertig. Jetzt gehe ich aber erst mal hier rein. Das war ja eine der Aufgaben, diese Tür wegzumachen. Und hier ist auch die nächste Nachricht. Blueprints. Also, ich kann eine Forschungsstation machen. Es gibt ein paar alte Blueprints, die auf dieser Memorykarte sind. Aber das Wichtigste ist der Scanner. Den brauche ich, um Forschung zu betreiben und Dinge zu bauen. Danach kann ich Objekte scannen. Und damit eventuell weitere Baupläne kriegen. Ich brauchte eine Batterie, um das Gerät zu betreiben. Und habe diese alte Powerbox aus den Ruinen gezogen. Da sollten Batterien drin sein. So, was ist die Powerbox? Hier, genau. Zwei habe ich. Außerdem noch ein paar Maschinenteile. Noch irgendwas. Ah, das ist die Forschungsstation. Die hängt hier schon super. Und ganz schön groß. Die nehme ich mal mit. Und ich soll sie auf meinem Schiff platzieren. Vielleicht muss ich sie nochmal umbauen. Und ich die. Wie ist das, wenn die hier steht? Blöd. Das ist blöd. Nehme die nochmal hoch. Stell vielleicht das Bett woanders hin. Ein Glück kann man alles nochmal aufnehmen. Ich stelle das mal hier in die Ecke. Und die Station baue ich hier hin. Okay. So, jetzt Batterie rein. Und es kann direkt losgehen. Was kann ich denn alles? Scanner hieß es. Dann fange ich doch damit mal... Oh, eine leere Flasche. Das brauche ich dringend. Mach mal die zuerst. Hier kann ich dabei beim Essen weitermachen. Und nochmal ein bisschen angeln. Einmal nach unten. Die Flasche habe ich erforscht. Dann mache ich jetzt weiter mit dem Scanner. Und ich nehme an. Jetzt kann ich das 3D drucken. Okay, was kann ich denn machen? Water purifier. Bett. Ah, hier die leere Flasche. Den Scanner habe ich auch gelernt. Dann mache ich mal diese 2 Sachen noch. Ich habe eine leere Flasche. So, dann kann ich doch jetzt hier das Wasser einsammeln. Und das hier drüben reinpacken. Und der hat was gefangen. Das ist das Geräusch. Und ich habe einen Staubsalat gesammelt. Der sieht ja witzig aus. Was kann der denn? Staubsalat. Den könnte ich direkt essen. Der hat 5 Gesundheit und 10 Food. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, den zu kochen. Salat. Muss ja eigentlich nicht sein. Den esse ich direkt. Und schicke das Ding nochmal runter. So, ich bin fast satt. Ich könnte jetzt noch ein bisschen Wasser gebrauchen. Das ist meine Reserve. Die behalte ich mal. So, wo muss ich weitermachen? Ich kann doch bestimmt noch irgendwas bauen. Was ist denn mit dem Scanner? Den Scanner kann ich bauen. Brauche ich denn noch mehr Material? Vielleicht packe ich den nochmal hier hin. Hier kommt gerade viel Metall. Das ist gut. Oh, die Motte. Nochmal ein Salat. Sehr schön. Ich koche mal eins zur Probe, um zu gucken, ob das mehr bringt. Und mein Wasser ist auch sauber. Ich habe eine Flasche. Ich kann jetzt auch endlich mal hier. Ziemlich gut. Jetzt brauche ich noch so eine Membran. Kann ich die irgendwie... Ah, den Scanner. Vielleicht hätte ich die Membran nicht gleich verbrauchen sollen. Den kann ich nicht scannen. Achso, Moment. Link hinaus, dass der Scanner... Ne, das geht nicht. So, was kann ich denn noch scannen? Oh. Was ist das denn? Das Gefühl, kommt gerade viel Metall. Das nehme ich mal noch mit. Ich gehe wieder vorbei. Mein Salat ist gekocht. Was kann das Ding? 20 Food und 25 Gesundheit. Wow. Hält zum Glück 23 Stunden. Das spare ich mir ein bisschen aus. Okay, es lohnt sich auf jeden Fall alles zu kochen. Stelle ich gerade fest. So, das hier kann ich scannen. Einen Dirty Water Container. Kann ich hier noch was scannen? Offensichtlich nicht. Die Sachen werden markiert. Oh. Ein First Aid Kit übersehen. Das ist ja doof. Vielleicht hier hinten noch. Den kann ich scannen. Engineer's Body. Der war der Chef. Der Wartungschef. Und der hat alles, was er gefunden hat, ähm, zu Dingen verarbeitet. Und da hinten ist doch auch noch was. Warte mal. Hier. Hier war ich noch gar nicht. Das ist ein isotonischer Drink. Und. Ein Poster. New Nature. Das den Wald zeigt, wie er, das allen den Wald zeigt, die, äh, die Wälder zeigt, die vorher gelebt haben. Oh, ich kann das mitnehmen. Meine Immunität ist ganz schön niedrig. Nee, ist sie nicht. Aber sie sinkt. Okay, ist nichts mehr. Dann wieder raus. Ich guck mal hier drüben noch. Kann ich hier noch was scannen? Nee, sieht nicht danach aus. Ich könnte noch mal nach oben gehen und schauen, ob da noch irgendwas zum Scannen ist. Aber da war ja eigentlich schon der, äh, der Körper des Ingenieurs. Den. Habe ich schon gescannt. Der ist schon in der Datenbank. Der ist auch schon in der Datenbank. Mehr ist es tatsächlich nicht. Könnt ihr Schmutzwasser mitnehmen? Habe ich eine Flasche dabei? Aber nur mit sauberem Wasser. Okay. Vielleicht brauche ich das auch einfach nicht mehr. Nö? Check the Studies-Menu. Check the Studies-Menu. So, ich muss ein Studien-Menü. Communication Facility Ruins. Was heißt das? Ein Synthetik-Cluster. Äh, Scanner Research. So, diese Sachen habe ich alle erforscht. Das heißt, 9% von einem Fabrikator. Ich weiß nicht, was das hier bedeutet. Hier ist noch was zu tun. Einen synthetischen Cluster, der rumfliegt, muss ich scannen. Das sollte kein Problem sein. Ah, vielleicht doch ein Problem. Ah, okay. Das ist ein bisschen doof, wenn die hier wegfliegen. Ich brauche mehr Zeit. Hier. Geschafft. Und ich kann einen, äh, Motor bauen. Und eine Box und, ähm, beziehungsweise muss ich das wahrscheinlich alles erst erforschen. Hier, ich kann schon mal den Water-Kondenser und die Membran, die mir hier für den hier fehlt, die kann ich mal ausprobieren. Dann kann ich hier das nochmal runterlassen. Wie sieht's hier aus? Das braucht dreckiges Wasser. Dann erforsche ich doch mal den Motor. Und werfe den gleich mal an. Ich kann hier die Membran drucken. Toll. Ich brauche ein bisschen Material und kann alles ausdrucken. Und habe eine Membran, die hier reinkommt. Sehr gut. Was kann ich noch drucken? Hier gibt es was Neues. Oh, Moment. Ich habe was gefangen. Eine Motte. Die kommt gleich in den Kochbord. Und das letzte Wasser. Das hier sammelt gerade schmutziges Wasser. Es dauert noch einen Moment. Und ich kann aber noch Sachen drucken, oder? Ich kann Maschinenparts drucken. Was brauche ich für den... Für den Motor brauche ich Metall und mehr Synthetik. T-Tex. Das sollte gehen. Das sollte gehen. Mehr Material. Aber eigentlich ganz komfortabel. Dass man mal nicht rumrennen muss und das einsammeln. Sondern alles so ein bisschen von diesem Schiff aus steuert. Erinnert vielleicht von der Spielart her ein bisschen an Subnautica. Wenn man da mit dem großen Schiff dann rum... Vorrückt und alles dabei... Das können wir nicht scannen. Alles dabei hat. Inklusive Pflanzen, die einen ernähren. Das ist super. So, das sollte reichen. Das kann ich jetzt drucken. Einen Motor. Das mache ich mal. Ich kann bestimmt noch was... Ah. Die Storage Box. Noch habe ich nicht die Taschen voll. Das ist was ganz Neues. Aber ich habe... Moment. Hier ist noch Wasser drin. Das trinke ich mal. Komplett. Äh, geht nicht. Wie sieht es mit dem... Da ist eine leere Flasche drin. Ich packe mal die hier rein. Und... Ich kann ein bisschen... Könnte das schon essen, aber noch hält das. 17 Stunden. Glaube ich noch nicht ganz fertig. Und ich habe ein Poster. Wo kann ich das denn... Ähm... Printing completed. Hier. Sieht auch gut aus. Mein Motor ist fertig. Fantastisch. Den kann ich hier so hinstellen. Vielleicht ein bisschen. Maximum Flight Speed increased. Okay, jetzt brauche ich noch den Treibstoff. Und das hier arbeitet noch. Ah, fertig. So, wo ist mein... Das ist der Fuel. Ich kann... 100 könnte ich reinpacken. Dann würde ich noch was drucken, wenn ich noch mehr Material hätte. Der habe ich aber gerade nicht. Ja. Ich glaube, ich muss mal schlafen. Aber ich wollte noch kurz mit euch... Hier dieses Schiff losfahren. Damit wir mal sehen, wie das ist... Wie der Rest der Welt aussieht. Ähm... Was muss ich als nächstes tun? Moment, ich habe leere... Ich muss hier mal kurz meine Überlebensdinge... An den Start kriegen. Mir eine frische Membran drucken. Hier einmal das schmutzige Wasser einfügen. Und gucken, welche von meinen... Das hat noch 16 Stunden. Das hat noch einen Tag. Dann... Ess ich mal das hier. Und... Ich schlafe mal kurz. Um sicherzustellen, dass ich nicht krank werde. So, jetzt wird hier meine Immunität wiederhergestellt. Das ist ganz gut. Ich habe genug... Man sieht, wie Essen und Trinken schrumpft in der Zeit. Ich mache das mal komplett. Oh, und jetzt ist es Abend, Nacht. Ich weiß nicht genau. Ich habe derweil eine Membran gedruckt. Die kommt hier rein. Könnte auch gleich noch mal... Ich kann gar nichts drucken, weil ich habe nicht genug Material. Ich muss noch mal ganz kurz Material sammeln. Man muss schon dranbleiben an der Essens und... An Hunger und Durst. Das... Nicht vernachlässigen, glaube ich. Aber ich habe ja noch Rationen. Das reicht, glaube ich, erst mal. Dann... Mache ich noch einmal das hier. Wenn ich noch irgendwas... Das... Ah, die Box. Habe ich nicht noch mal... Habe ich denn noch gedruckt? Nee. Das kommt hier rein. Äh, das arbeitet. Ich könnte daweil... Könnte ich dann noch... Könnte zwei von diesen Dingern bauen. Das wäre wahrscheinlich auch smart. Ich mache stattdessen noch mal... Einmal Sprit. Mach aber der... Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Mach aber derweil einfach mal die Türen zu. Den könnte ich eigentlich hier noch einfüllen. Sprit ist hier. Dann ist alles voll. Könnt ihr jetzt zumachen. Kann ich noch irgendwas drucken in der Zwischenzeit? Oder habe ich kein Material mehr? Ähm... Einmal noch ein bisschen Material fangen. Na? Kommt noch irgendwas? Leute, hier muss doch noch irgendwas kommen. Hier. Plastik. Das ist zu weit weg. Jetzt kommt nur Metall. Statt Plastik. Ah, hier. Ich glaube nämlich für die Membran brauche ich Kunststoff. Okay. Das sollte reichen. Ich will noch mal so eine... Hier. So eine Membran drucken. Dann mache ich die Tür zu. Und wir sehen zu, dass wir hier mal abheben. Äh... Einfach so. Und wir müssen zur Quelle des Lichts. Des blinkenden Lichts fliegen. Boah, die Welt sieht echt spannend aus. Bin tatsächlich gespannt mehr drüber zu erfahren. Und ich finde für ein Early Access Game, das so eben... Ne, ist noch gar nicht gestartet. Startet morgen in den Early Access. Und ist das schon richtig cool. Und es läuft ja sogar ja noch mit Proton unter Linux. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dahin ist auch nochmal ein Licht. Aber ich steuere jetzt mal diesen ersten Turm an. Ich glaube, das sind diese Funktürme, auf denen ich... Ich weiß nicht genau, was alles sammeln soll. Wahrscheinlich Hinweise und wahrscheinlich auch Material. Nicht vom Weg abkommen. Diese Pollen sind echt heftig, die hier rumfliegen. Der ist ja Staub. Scheinbar kollidieren diese ganzen Dinger, die hier rumfliegen, nicht mit meinem Schiff. Und da ist eine Wolke an Staubmotten. Gut, dass man die essen kann. Okay, das ist weiter, als es aussieht. Oder ich bin langsamer. Kann ich denn... Ich kann mit Shift und Control die Höhe bestimmen. Aber da passiert irgendwie auch nicht viel. Aber jetzt bin ich ja gleich da. So ein bisschen vom Kurs ab, habe ich den Eindruck. Unbekannte Irks. Ich komme vom Kurs ab. Halt, halt, halt. Ich will hier landen. Hier will ich landen. Irks? Das kann ich... Wie? Bin ich hier einfach nur so... Bin ich jetzt gelandet? Oder bin ich jetzt hier nur so festgeklemmt? Ich will nicht mein... Mein Schiff verlieren. Das wäre echt nicht so schön. Hier will ich hin. Also ich glaube... Ich gucke mal, Korotz muss ich was essen und trinken. Mach mal hier auf. Nee, ich bin nicht so richtig gelandet. Bin noch so ein bisschen zu hoch eigentlich. Okay, tiefer geht nicht. Lockspeed. Ich hoffe, das reicht. Wenn wir schon sehen. Ähm, ich hoffe auch, ich komme... Ich kann da hoffentlich wieder hochhüpfen. Okay, ich habe schon ganz viel Zeug eingesammelt. Wir trotzdem kurz wissen... Oh shit, ich komme nicht mehr in mein Schiff. Das geht ja gut los. Irrgh. Nee, ich komme tatsächlich nicht mehr rein. Ha! Okay. Das Problem werde ich lösen, wenn es soweit ist. Ich gehe jetzt erstmal gucken... Wenn ich denn hier... Irgendwas scanne. Okay, ich habe was Neues. Eine Turbine. Eine Windturbine habe ich... äh, ähm... gescannt. Was gibt's hier noch? Das ist... ein Synthetic Case. Das wäre der Landeplatz gewesen. Verflixt. Okay. Dann mal nach oben. Kein Plastik Scrap. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll... Und zwar ziemlich genauso wie in Subnautica... die Dinge erst zu scannen... bevor man sie einsammelt... weil es dann irgendwie so ein bisschen zu spät ist. Das habe ich schon gescannt. Offensichtlich. Oder ich kann es zumindest nicht scannen. Das kann ich einsammeln. Das Repair Patches kann ich schon machen. Das ist schon in der Datenbank. Das auch. Jetzt geht's los. Jetzt habe ich dann tatsächlich gleich... die Tasche voll, glaube ich. Oh. Synthetic Fuel kann ich auch schon machen. Eine Laterne. Short Railing. Dafür muss ich den Airship-Bilder machen. Ah, okay. Da kommt noch einiges. Also ich finde schon mal... sehr, sehr vielversprechend. Ich weiß ja nicht... Das hier kann ich scannen. Glass Component. Das kann ich noch mitnehmen. Die kann ich auch noch mitnehmen. Okay, ich habe haufenweise Zeug eingesammelt. Metal Component. Ich glaube, ich habe jetzt ganz viel. Halt, da ist noch was. Ich habe schon einiges, was ich jetzt noch erforschen kann. Eine Batterie. Das ist auch gut. Das habe ich auch schon gescannt. Ohne, es geht noch nach oben. Das scheint mein Schiff zu sein. Das habe ich auch schon. Ich glaube, hier oben ist eigentlich nichts mehr. Vielleicht kann ich von hier zu meinem Schiff runterspringen. Nee, das ist zu weit weg. Dann... Ich glaube, das Licht ist jetzt aus, weil ich diese Batterie rausgenommen habe. Nehme ich mal an. Da ist noch so ein Plastikding. Ich glaube, ich muss mir dringend jetzt so eine Kiste bauen. Immer vorausgesetzt, um in meinen... Kann ich den denn hier mal wegnehmen? War echt ein bisschen unklug. Nee. Ja, keine Ahnung, ob es hier weitergeht, wenn ich nicht... Kann ich denn den vielleicht... Achso, hier kann ich ihn nicht hinstellen. Die kann ich auch nur auf meinem Schiff platzieren. Kann ich denn irgendwas anderes hier hinstellen, über das ich reinspringen könnte? Ich würde hier einfach noch ein bisschen reinspringen. Und... Nee. Okay, daraus haben wir gelernt, unbedingt... Ich muss hier was scannen. Dann unbedingt richtig landen. Ein Motten-Schwarm. So. Vielleicht kann ich hier raufhüpfen irgendwo. Da. Überhaupt hüpfen ist ganz schlecht. Ne. Das ist nicht dazu gedacht, hier rauf zu hüpfen. Ich weiß auch nicht genau, was passiert, wenn ich sterbe. Vielleicht spawn ich dann in meinem Schiff. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber das ist machbar eigentlich nicht. Ach nein, es lief so gut. Wie ist es denn auf der anderen Seite? Da ist es noch enger. Ach, auch nicht gut. Climb on board. Ah, so geht's. Gut, haben wir das auch noch gelernt. Ich muss nicht sterben. Ich mache meine Türen mal zu. Und ich glaube, das reicht auch erstmal für den ersten Eindruck. Schreibt mir gerne, was ihr von dem Spiel haltet. Mir gefällt es ziemlich gut. Ich will, glaube ich, auch nochmal weiterspielen. Und werde vielleicht auch auf Twitch nochmal einen Livestream dazu machen. Ja, spannend. Und vor allem die Entwicklung geht ja erst los. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauert. Schönes, kleines Indie-Game. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. und abonniert den Kanal für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.